Die Firma Redl ist bekannt als Europas führender Produzent von Computerschanchanlagen. Von der hauseigenen Entwicklung über Prototypenbau und den notwendigen Zertifizierungen bis hin zum innovativen Endprodukt werden Kundenwünsche realisiert. Heute stellen wir unseren kompakten Flaschenfüller für den Gastraum vor, den Selexa Crawl & Bottle Füller. Die Idee zu diesem Produkt ist eigentlich nicht von uns gekommen. Die Feldschlösschenbrauerei hat bereits 2015 unseren vollautomatischen Leitungsreiniger bezogen, der nun bei all ihren Kunden eingesetzt wird, damit eine gleichbleibende Bierqualität garantiert ist. Es ehrt uns, dass man hier so zufrieden mit unserer Arbeit war, dass man mit einer neuen Idee zu uns gekommen ist. Es sollte ein kompaktes und formschönes Gerät entwickelt werden, mit dem Offenbier sauber und haltbar in Crawlerflaschen abgefüllt wird. Mittlerweile kann man in der Schweiz an 98 verschiedenen Stellen seine Crawler wieder befüllen lassen. Der ökologische Refill-Gedanke war hier ausschlaggebend und weiters wichtig natürlich die Haltbarkeit und Qualität. Und die ist bei kühler und dunkler Lagerung je nach Sorte für vier bis acht Wochen garantiert. Wir haben aber auch schon einen längeren Zeitraum getestet. Das Gerät wurde eigentlich für eine Großbrauerei entwickelt, aber in den letzten drei Jahren haben es vor allem Klein- und Mikrobrauer für sich entdeckt. Auch Bierlokale und Gasthäuser bieten ihr Offenbier für die Gäste zum Mitnehmen an. Der Crawlerfiller ist einfach zu handhaben und bei Vorbereitung der notwendigen Anschlüsse durch eine Getränketechnikfirma vor Ort ganz einfach anzuschließen. Aber schauen wir uns das mal an. Angeschlossen wird der Crawlerfiller an die Bierfässer, eine Gasflasche und an den Strom. Weiters benötigt er einen Ablauf und Wasserzulauf für die Spülung, was aber auch über Container gelöst werden kann. Die gewünschte Flasche wird nun reingestellt. Am Display wird man nun selbsterklärend durchgelotst. Zuerst entscheide ich, welche Sorte ich abfüllen möchte. Bis zu vier verschiedene Sorten Bier können angeschlossen werden. Als nächstes wähle ich meine Flasche. Und schon kann der Füllvorgang gestartet werden. Das Klicken bedeutet, dass das Gerät den notwendigen Druck abbaut, der die Schaumbildung verringert, damit die Flasche auch sauber voll wird. Der Füllvorgang dauert je nach Flaschengröße bis zu 90 Sekunden. Zum Schluss kommt noch ein CO2-Stoß, der den Sauerstoff aus der Flasche verdrängt. So bleibt das Bier lange haltbar und behält die Qualität. Jetzt noch die Flasche entnehmen, verschließen, Die Spülung ist ganz einfach. Nach mehreren Füllungen oder spätestens am Ende des Tages wird mittels unserem Spüladapter die Leitung im Gerät mit Wasser durchgespült. Einfach reinstellen, am Gerät den Spülvorgang starten, fertig. Natürlich müssen Sie je nach den gesetzlichen Vorgaben im eigenen Land die Getränkeleitungen auch regelmäßig reinigen. Wir empfehlen unseren Silexer Line Cleaner. Der lässt Sie nicht vergessen, protokolliert jede Reinigung mit, reinigt selbsterklärend und vollautomatisch mittels professionellen Reinigungsmittel. Zusammenfassend kann der Flaschenfüller bis zu vier verschiedene Biersorten in vier verschiedene Gebinde abfüllen. Die Menüführung ist selbsterklärend, die Haltbarkeit, Qualität und Frische garantiert für mindestens einen Monat. Die Reinigung ganz einfach und dann wird noch mit wiederbefühlbaren Flaschen der Umweltgedanke erfüllt. Das überzeugt sogar die österreichische Wirtschaftskammer, von der wir 2017 den ersten Preis in der Kategorie Technische Innovationen bekamen. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Anfrage. Übrigens, der Silexer Crawler und Bottle Filler ist nur eines von vielen innovativen Produkten aus dem Hause Redl.